Seit 2017 geht das Bauer-Sucht-Frau-Traumpaar Anna und Gerald Heiser gemeinsam durchs Leben. Inzwischen sind die beiden verheiratet und haben zwei Kinder. Auf Social Media teilt Anna mit ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben auf der gemeinsamen Farm in Namibia. Nun zeigte sich die Landwirtin ganz überraschend auf Instagram mit einer Typveränderung. Bekannt wurde die 33-Jährige mit langen, blonden Haaren und einem Seitenscheitel. Ihre Haare sind inzwischen deutlich dunkler und seit neuestem trägt die ehemalige Blondine einen Pony. Auf Instagram teilte Anna nun einen kurzen Clip, in dem sie ihrer Community die neue Frisur präsentierte. Dazu schrieb sie, wer kennt es? Also was denkt ihr? Pony ja oder nein? Doch die Meinungen ihrer Fans sind gespalten. Ein User kommentiert unter dem Post, Team kein Pony. Ich finde, er macht dich etwas älter, lass ihn wieder wachsen, schreibt eine andere Userin. Doch nicht alle sind dieser Meinung. Viele Fans stehen hinter Anna und sind von ihrer Verwandlung begeistert. Pony steht dir gut und auch die dunkle Farbe. So nur einer der vielen positiven Kommentare.